Ja, ich freue mich, dass ich euch heute mal BettaVest im Social Impact Lab zeigen kann. Ich nehme euch einfach mal mit, wo BettaVest zuhause ist. Hier ist unser Eingangsbereich. Da seht ihr die Nora, gute Seele des Hauses. Hier ist der Eventraum. Hier hinten haben wir die Küche. Hier mal fleißig am Arbeiten. Ja, und jetzt gehen wir mal ins BettaVest Büro. Hier ist der Coworking-Bereich. Ja, und hier ist unser BettaVest Büro. Hier sitzt Patrick. Und hier sitzt das sonstige Team, je nachdem, wer gerade unterwegs ist. Und dort drüben ist BettaVest Kommunikation. Heute bin ich alleine mit Michael und werde euch gleich ein bisschen erzählen, wie es bei BettaVest weitergeht. Ich bin X-Bereich. Ich bin X-Bereich. Aber ich bin X-Bereich.